Hallo meine Lieben, heute habe ich eine ganz besondere Bitte an euch. Nehmt euch etwas Zeit und lasst diese fünf tollen Frauen in euer Herz. Sie kommen alle aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und führen natürlich komplett andere Leben. Auch wenn sie am Ende doch etwas vereint. Vielleicht erkennst du dich in einer von ihnen wieder. Sie alle teilen ein paar Minuten ihres Lebens mit uns und nehmen uns mit für ein ganzes Wochenende. Schaut sie euch an und lernt sie kennen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Eure Christine